ja und hallo zum neuen blog wir haben freitag den vierzehnten sechsten es ist 17 15 ich bin alleine zu hause und ich hatte in einem meiner letzten videos gezeigt dass ich beim wollen paar sachen gestellt hatte die habe ich jetzt eben einsortiert an dem nachmittag und wollte die eben hochladen wie gesagt das ist jetzt nicht überragend viel gewinnen da sind auch noch ein paar teile dazu gekommen paar sachen wie hier dieses set mit dem fremd access war es mein gott habe ich ausgeparte die minifiguren habe ich ausgeparte ein paar teile kam noch dazu die hier lagen insgesamt habe ich jetzt hochgeladen 2100 22 items 117 lots für 249 euro ich habe wie gesagt aktuell keine rabatte drin um die anzahl der bestellungen zu reduzieren aber die bestellung bei lollo mollo gab mir halt um die 62 oder um die 69 lots und damit kommen wir auf 9210 lots definitiv neuer rekord und auch die teilanzahl 224 1056 ist sehr sehr nach ran am neuen rekord ich muss mal gucken ich hatte das video dem drin vorprüfung abgeschlossen genau und muss noch videoelemente hinzufügen und einen namen für das video finden das ist immer ich mache mir keine große mühe mit den thumbnails ich nehme mal irgendwas da sehe ich nicht ganz so behämmert aus das reicht mir vollkommen das lade ich jetzt hoch die schalen erfüllen ihre arbeit ich bin schon bei schale 3 angekommen also ich habe ja bei ihm die sachen aus dem legoland bestellt an die ich nicht so rankomme wie gesagt der gewinn ist da zweitrangig aber die neuen lots die dann eventuell in zukunft bestellungen generieren darum ging es mir und da ich eh was gebraucht habe und man kann ja auch zwischendurch mal oder ich bestelle ja eh gerne bei den leuten aus der community war das auf jeden fall angebracht durch die neuen lots sind wir jetzt hier an der st band bei 0 27 angekommen der rest der st band ist voll und die sd und a wand ist im moment komplett voll das heißt ich muss hier das sd magazin beschriften da bin ich jetzt auch beim letzten angekommen es ist jetzt aktuell hier nichts mehr frei aber es sind hier schon neue magazine da und wir haben noch platz die wände zu erweitern und jetzt bringe ich erstmal ich synchronisiere lade das video hoch und bringe den müll raus und dann ist glaube ich auch feierabend für heute jawoll jetzt haben wir samstag 15.04 kohl geht noch ziemlich genau das ist sehr schön wir haben zwei bestellungen eine auf brick link und ein auf briegel insgesamt 311 teile und 45 slots die wollte ich vorm spätdienst eben packen weil dann kann ich so noch eine post vorbei bringt wie gesagt ich lebe hier direkt neben diesen örtlichen verteilt zentrum direkt neben drei bis fünf minuten mit dem auto je nachdem ob die eine ampel die dazwischen ist grün ist oder nicht und da kann man die sachen wirklich sehr sehr gut abgeben und ja ich würde sagen ich fange mit der brick our bestellung an weil das ist die lot mäßig größere von beiden plus die kam gestern abend dann noch während des deutschland spiels und danach machen mal die von brick link die ist ganz aktuell oder sehe ich gerade schon wieder das soll eine post filiale gehen das hatte ich lange nicht mehr da war so ein bisschen das problem ich weiß gar nicht ob ich die waren post in post filialen senden kann muss ich noch mal eben nachschauen irgendwas war da doch mal genau auf brick link habe ich das tatsächlich meinen terms drin stehen das war gar kein problem ich zahle dann als geschäftskunde 1 euro 20 ungefähr drauf auf die versandkosten bei mir ist es eine versandkosten flat rate ich kann es nur nicht als waren post verschicken sondern muss es dann als kleinstmögliches päckchen einfach versenden aber das ist wirklich kein problem die 1 euro 20 20 glaube ich habe ich geguckt sollte mich doch nicht arm machen auf jeden fall freue ich mich dass noch mal also dass mein plan aufgegangen ist und die anzahl der bestellungen ist es wesentlich runter wenn ich überlege letztes wochenende hatte ich jeden tag 6 bis 10 bestellungen und jetzt habe ich zwei und das war jetzt auch so ein bisschen das ziel 5 6 7 fehlen noch drei gar nicht das heißt gar nicht weil ich kein bock habe ein bisschen auch kein bock aber ich habe einfach so viel im moment an arbeit zu tun dass ich einfach schauen muss dass ich mich ein bisschen auf die wichtigen dinge konzentriere und die wichtigen dinge sind nun mal im moment für mich lernen meine weiterbildung zu machen und den die firma in der ich ja hauptsächlich arbeite muss ja auch weiter laufen und da ich dann da nun mal im moment als leitung eine ganze ganze menge zu tun habe das ist auch so gefährlich das sieht so werdet ihr wahrscheinlich sehen sieht schwarz aus ich denke auch schwarz sind die aber nicht zum glück stehen jetzt die farben drunter weil je nachdem wie in welchen winkel man hier drauf schaut kann auch mal dark brown hier wie schwarz aussehen auf dem monitor deswegen eine super änderung von oswald dass uns das mit angepackt hat aber ich pack ein bisschen weiter zeige euch gleich die ganze bestellung wie gesagt jeder der im bricking store macht und das erwähne ich ja immer wieder es ist nicht immer nur alles sonnenschein irgendwann ist man auch einfach mal zumindest kurzzeitig ausgebrannt in dieser phase bin ich jetzt gerade so ein bisschen drin da komme ich aber auch wieder raus und dann geht es mit energie bald wieder weiter und dann wird doch auch alles gut ja und dann war die ganze bestellung gepackt ein gebrauchter torso ist dabei ganz viele haar teile ich habe ja öfter mal schon mal diese frage gehabt lohnt sich das sind wirklich mini figuren auseinander zu nehmen und man hat wirklich öfter als man denkt solche bestellungen also ganz viele haar teile haben hier diese bars wo man mit diesen gebogenen clips dann hier habe ich noch ein torso drin das ist von von marvel hier jetzt komme ich nicht drauf nicht captain america ihr wisst was ich meine ich bin echt match im moment viel arbeit hier einmal der helm von der mandalorianerin komme jetzt auch nicht auf den namen ein paar köpfe dabei haben dann hier solche ansteckteile für den körper sehr interessant ein paar kronen paar diese geweihe hier und dann auch hier aus der bestellung dass ich letztens hatte diese ansteckteile von dieser ärztin ein komplettes set davon hatte ich doch selber in meinem store hatte ich nur übersehen warum auch immer aber gut und halt eine figur von indiana jones und wie gesagt packstation wenn ihr das noch nicht wisst ihr könnt waren post nicht an post filialen senden so rum deswegen geht das jetzt aus kleines paket raus das ist aber kein problem ich habe gebraucht 14 minuten für die bestellung ich war aber jetzt sehr langsam unterwegs ich war sehr also normal würde man so eine mini figuren bestellung wesentlich schneller packen wo man hat echt wenig zählen muss schublade aufteil rausnehmen und fertig das geht eigentlich wesentlich schneller als 14 minuten für die paar leute und das habe ich in letzter zeit auch öfter erwähnt dass ich für andere bricklink händler in so sitbeutel versendet ich weiß jetzt nicht ich glaube nicht dass er ein anderer händler ist weil er jetzt auch über big all bestellt hat aber ich habe es natürlich von der bestellung nicht beim alles klemmwelt gemacht habe seine ganzen sitbeutel und die nutze ich jetzt natürlich um die sachen einzupacken dann spare ich ein bisschen von meinem material und ich habe mir die einfach alle hier reingeworfen und normal hätte ich es jetzt vielleicht eingeschweißt aber weil die kiste hier da fallen wir ständig beutel raus da hängt nicht auch schon wieder einer habe ich jetzt einfach ein paar davon und das ist optimal deswegen ich werde auch beibehalten weil ich ja bei mir selber auch merke wenn mir jemand etwas eingeschweißt zuschickt sage ich mal hier so dann kann ich muss ich die pappe wegschmeißen ach die pappe die folie oder das plastik und so kann ich das plastik oder wieder verwenden schickt die bestellung damit raus und ja bedanke mich hier noch mal für die bestellung vielen lieben dank so und die zweite bestellung ist eine nachricht mit dabei moin ich finde deine videos auf youtube total klasse ja das freut mich doch sehr ein erstbesteller auf bricklink sehr sehr schön das ist ja auch eine der ideen dass man leuten die wirklich noch nicht kennen über meine videos bricklink ein bisschen näher bringt und das ist seit langem ups guck mal was ich eben ins paket nicht mit eingepackt habe man 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 und dann kriegt man wieder nachrichten hör mal da fehlt was ja das werde ich dann jetzt erst einpacken dann arbeiten wir an der technik bestellung weiter oje leute das war knapp noch mit rein gepackt ja wäre auch nicht das erste mal dass mir sowas passiert ist natürlich immer mega ärgerlich wenn denn sowas mal passiert mein gott der kauft aber hier auch raus sind aber auch günstig die teile 17 cent und ich habe keinen rabatt wahnsinn hätte ich jetzt erwartet dass die teile teurer sind aber egal 18 das gute ist ich habe wieder eine ganze schublade frei die dinger nehmen mich dann ordentlich platz weg und gleich lässt er mich zählen da werde ich dann nicht mehr mit film wo ist es denn da 203 ist hier davon hat er auch fünf meine güte das ist aber hier weiß gar nicht woher ich die ganzen technik sachen habe technik verkauft sich nicht so oft aber oft genug so dass ich immer mal wieder technik setz ausparte und jetzt darf ich bis 200 zählen und ich zähle dann natürlich nicht einmal bis 200 weil wenn ich mich da verhaue ist so sondern ich nehme einfach hier diese vier kästchen und dieses eine das sind es vier sechs plus vier sind zehn und ich fühle jetzt einfach immer die kästchen so auf und dann passt das dass ich dann leicht erzählen kann das sind jeweils 100 stück pro kästchen ja ich benutze immer diese kästchen um mir so ein bisschen hilfe zu holen einfach weil wenn ich gerade bei 113 wäre und dann werde ich unterbrochen durch einen anruf was in meinem job häufig passiert oder durch die kinder was in meinem leben häufig passiert dann würde ich mich selber durcheinander hauen das weiß ich ganz genau und dementsprechend kästchen für kästchen und bis 20 zählen zum beispiel so ein system finde ich ganz gut und jetzt haben wir das letzte gebrauchte lot und das ist hier diesen schrank den kriege ich nie raus ohne den zweiten mit rauszunehmen das ist aber etwas was ich gerne in kauf nehmen und in falsch ich brauche 0 265 also aus der zweiten gebraucht reihe nicht aus der ersten ach die laptop tasche ist im weg da ist aber genau das gleiche um an den letzten karten zu kommen muss ich immer beide rausnehmen aber wie gesagt ich nehme das gerne in kauf und da sollen zwei solche kleintechnik lichtarme drin sein sehe ich hier natürlich nur einen aber hier ist mir letztens eine schublade runtergefallen wo teile verloren gegangen sind das sollte aber stark doch da ist er irgendwann werde ich in dem kasten mal ein lot nicht finden sind nämlich zwei schublade runtergefallen das ist ich sag ja dieses filmen kann auch mal arbeit machen wenn man mit einer hand hier zu montieren aber ich habe es dann irgendwo in den kasten geschmissen da werde ich ein bisschen suchen müssen da seht ihr jetzt schon ich habe nur sechs minuten für die bestellung gebraucht das wenig klingt aber 67 sekunden pro lot das liegt dann halt immer an meinem gequatsche und halt bis 210 dauert ein bisschen und das ist aber denke ich verkraftbar ja wir haben sonntag abend ich bin immer noch in meiner kleinen ich mache ein bisschen pause habe habe aber wenn ich an meinem handy im e mail programm richtig geguckt habe drei bestellungen wir gehen einfach mal auf lapi pro wo haben wir es denn da haben wir es doch tatsächlich hatte ich auch gestern abend eine record bestellung da hatte der kunde mich angeschrieben der hat da iban ausgewählt die wollte dann doch gerne stornieren das ist ja kein problem ein bisschen nervig aber jetzt auch nicht so will da gibt es auch gründe für haben wir denn wir haben drei bestellungen 287 items 51 lots definitiv überschaubar definitiv aber etwas was ich jetzt heute abend noch machen möchte ansonsten glaube ich dass ich wie die letzten tage auch nichts groß ausparten werde oder ähnliches sondern einfach gemütlich auf die couch und fußball gucken kann natürlich sein dass ich meine meinung noch ändere aber ganz entspannt rangehen was will er hier möchte hier wieder irgendwelche support sachen machen die erste bestellung 15 lots 62 items genau ah ja da erinnere ich mich da kam noch eine mail hinterher und zwar hat er mir nicht eine nachricht deswegen sehe ich jetzt mein programm nicht sondern in der mail geschrieben dass er selber seit mitte meinen brickling store hat und noch mal so ein bisschen an deko oder farbpalette glaube ich daran basteln wollte wir können sie mal den store angucken mitte mal guck mal wir haben jetzt den 16 6 also ein monat und 19 bestellungen und ich finde das ist ein zeichen dafür genau so sollte es auch sein also man kann nicht erwarten dass wenn man anfängt dass man in einem monat 30 35 bestellungen hat ich glaube 19 ist eine super zahl was haben wir denn hier an werten wir haben 2811 lots und 33 1500 items peters klemmsteine ja sehr cool ich habe keine wanted list im moment deswegen normalerweise verpreise ich vergleiche ich immer über die wanted list meine teile aber auch hier können wir sehen ein paar teile mit sechs prozent zehn prozent rabatt aber gute preise faire preise vor allem nicht zu niedrige preise es gibt ja leute die sagen sie euch fangen an und ich will so viele verkäufer wie die kollegen auf youtube das ist genau richtig das sind preise die man nehmen kann mal bei so ein paar teilen zehn prozent rabatt gegeben ja sehr gut mach so weiter und dann wirst du auf jeden fall erfolg haben minifiguren 35 lots daran kann man sicherlich noch arbeiten setzt auszuparten wo minifiguren drin sind aber ich sehe schon star wars hat er die meisten mit 12 lots danach kommt den jago also er kauft auf jeden fall die richtigen sachen ein sehr schön freut mich und jetzt ganz lange quatsch ich will noch fußball gucken packe ich mal die bestellung wird auf jeden fall fliesenreich vielen dank mein lieber also peters klemmsteine da ist die ganze bestellung vier minuten eine ganze menge zwei mal vier fliesen erst habe ich mich wieder kurz geärgert und habe gedacht okay die in bright pink fehlen mir weil in dem fach waren die einmal zweier breit pink fliesen aber ich konnte dann einfach über meine liste gucken wo denn die einmal zweier sein sollen und da waren dann auch die zweimal vierer drin also alles gut macht sich auf den weg vielen dank ihr hier seht haben die jungs vorhin gummi bärchen geflündert hat da ist noch eins ich habe drei bestellungen ich hoffe ich habe ja doch mein gott da haben die aber ordentlich meine vorräte geflündert die rabauken da muss ich nachlegen so zwischen der letzten der bestellung lag jetzt ein bisschen pause ich habe das fußballspiel noch zu ende gesehen und habe jetzt bis 21 uhr zeit bis das nächste spiel losgeht da wollte ich die beiden bestellungen noch packen die noch fehlten die eine habe ich schon fertig von einem der habe ich mehrere kunden die den vornamen haben max maximilian da kennt man ja den namen gibt es gerade in meiner generation öfter ich hatte viele freunde auch damals die so heißen auf jeden fall von ihm jetzt schon speziell die vierte bestellung bei mir wahnsinn das freut mich sehr und er hat vier minecraft figuren bestellt zwei so skelette ein steve einmal diesen ground zombie haben hier einmal so ein rubber band und dann abfüllen paar technik teile 22 24 briggs in grau einmal 1 briggs ein paar plates ich denke mal das ist von der letzte her so gesehen zusammenfassen und das kann ich mit den teilen zusammenfassen und dann kann man die 76 2 x 2 plates mit denen zusammenfassen dann habe ich nicht so viele tüten und auch ein paar gebrauchte sachen sehr schön das freut mich sehr noch zwei so große technik teile schöne bestellung super schöne anzahl an an teilen es waren 35 lots und ich glaube 230 items in etwa das ist immer sehr sehr angenehm zu packen packe ich jetzt auch ein und dann gehe ich an die letzte bestellung und dann werde ich weiterhin oder weiter fußball gucken vielleicht würde ich mir mein laptop hoch und wert ist mein anderer laptop als den hier ich habe meinen gaming laptop den ich in meinen keller benutzen vielleicht spiele ich noch ein bisschen was auf der couch während ich fußball gucke mal gucken und ich warte immer noch jetzt schon der dritte block auf den zweiten teil der bildgestellung auf die standardteile um die ganzen figuren zu vervollständigen und wird zeit dass das kommt ja hier habe ich jetzt gedacht das heißt gedacht perfekte größe man kann man wieder so einen alten karton recyceln wie sagt man man darf das nicht unterschätzen also dieses bark speeder set und das clone trooper battle pack habe ich ja insgesamt schon um die 20 mal ausgepartet und da liegen das auch noch ungefähr zehn oder sagen wir mal um die 30 mal und wenn jeder karton halt selbst wenn er nur zehn cent kosten würde und die in der größe sind halt teurer werden das hat auch schon wieder drei euro die man sich refinanziert einfach weil man den karton auf links dreht und zuklebt perfekte waren postgröße mir gefällt das immer sehr und ja jetzt noch eine bestellung die ist auch nur ein lot groß also das wird ganz easy und dann kann ich wieder auf die couch und ein bisschen den armen genießen ja und die letzte bestellung mit einer nachricht hallo großes kompliment an deinen youtube videos inspiriert mich selber sehr einen shop zu gründen da würde ich mich selber eine positive bewertung vorhin christ natürlich ich bewerte immer sofort beim einpacken und er drei mal den battle droid variante bestellt deswegen da steht es nur das d drauf das ist der der zwei gerade aber hat ich glaube das hat sich umgebaut aus dem klon pack bin ich mir gar nicht so sicher aber wie auch immer vielen dank viel erfolg bewertung kommt gleich sofort wenn du auch die sendung zum mal bekommen ja jetzt haben wir montagabend 20 uhr ist das echt zu spät das ist echt zu spät gut wir haben eine bestellung ich habe es aber keine lust den laptop aufzubauen möchte aber die bestellung natürlich packen ansonsten habe ich wieder an tag pausiert das hatte ich ja gesagt dass ich ein bisschen pausiere kurz namen weg machen ist auf jeden fall auch schon wieder die vierte bestellung das natürlich immer sehr sehr schön wir haben 19 lots in 486 items 19 das sollte relativ zügig gehen und ich habe einfach keine lust für eine bestellung laptop aufzupacken hier von rechner hin und her so groß ist der raum ja nicht das ist überschaubar dann mal gucken wie lange ich mit dieser methode brauche hier müssten zehn fließen drin sein ein zwei drei vier fünf und fünf sind zehn und dann packe ich die bestellung und dann schauen wir uns gleich gerne noch mal zusammen an so die gesamte bestellung ist gepackt 24 sekunden pro lot 7 minuten 45 sekunden und ein bisschen was an fließen und transclear teile mal wieder alle von den pearl gold round stubs plates und ansonsten viel azur blau und paar andere pläts dark blue slopes die steine ein fächer in reddish braun in gebraucht und ja vielen dank für deine vierte bestellung bringe ich morgen vor der arbeit weg schicke gleich die sendungsnummer und ich gehe weiter auf die pause und meine halbe pause weiter genießen ich muss tatsächlich sagen ich bin sehr überrascht dass ich tatsächlich noch so viele bestellungen bekommen obwohl ich im moment gar keinen rabatt mehr habe das freut mich natürlich sehr eigentlich wollte ich noch was zeigen aber ich weiß nicht wo ich es hingelegt habe ne aber es ist ja normalerweise gebe ich ja zehn prozent auf den sechs monats durchschnitt natürlich kann man jetzt argumentieren ob das teil jetzt drei cent kostet oder 3,3 cent ist vielleicht für die meisten nicht relevant aber natürlich auch das ganze gesehen wenn das jetzt eine bestellung wäre die 100 euro kostet hätte man bei meinem normalen rabatt halt 90 euro bezahlen müssen mit meinem zehn prozent rabatt jetzt sind wir dann bei den vollen 100 euro das war jetzt natürlich keine 100 euro bestellung aber ich denke ihr wisst wie ich das meine es ist ja schön dass ich trotzdem noch was kriege genau das wollte ich euch zeigen das zeige ich noch mal im nächsten haul super super cool hat mir einer meiner zuschauer geschickt und zwar habe ich ja hier diese sortierschalen und der gute hat mir hier eine sortierschale geschickt und guck mal was da drin steht ist das nicht schön also wenn du das video sie ist vielen lieben dank ich habe gedacht was habe ich vergessen was ich bestellt habe ich war sehr überrascht von dem paket aber ja die werde ich auf jeden fall mit sehr viel freude benutzen beim sortieren und das ist schön dass das freut mich wirklich werde ich aber noch mal im nächsten haul video mit zeigen er hat mir auch noch ein paar trenner mit reingelegt auch sehr cool ich lese dann auch seine nachricht im haul video von alles super schön hat mich wirklich sehr gefreut und jetzt packe ich das ein und haue mich wieder auf die couch aber ich denke mal heute ist jetzt wann habe ich den rabatt ausgemacht freitag ne donnerstag glaube ich das heißt wir hatten freitag samstag sonntag montag heute ist jetzt der vierte tag ich guck mal vielleicht noch zwei drei vier tage die rabatte unten lassen und dann nach und nach wieder einstellen normalerweise sollte man ja da gebe ich ja jetzt so in der sommerzeit so als konter zum sommerloch wo die leute weniger lego bauen einen höheren rabatt und bin eigentlich im schnitt bei 15 manchmal sogar bei 20 prozent aber gut es ist jetzt einfach viel arbeit viel zu tun und fun fact ich habe es jetzt schon oft gezeigt teil zwei der bestellung ist immer noch nicht da also ich weiß standardteile können so lange dauern aber so lange habe ich lange nicht mehr auf standardteile gewartet na gut jetzt ist der akku der kamera fast leer also ich werde mal hier die sachen einpacken und bedanke mich noch mal bei dir und auch bei dir für die schale ihr wisst wer ihr seid vielen lieben dank super super schön ja guck mal an zeitreise mittlerweile ist schon samstag 13 10 ich weiß gar nicht von wann der letzte clip war aber vom gefühl er ist es zehn tage her realistisch gesehen war der letzte clip wahrscheinlich für zwei oder drei tagen ich habe auch gar nicht mehr weiter was gemacht obwohl ja hier dann die letzten teile meiner pick a brick sammlung da sind aber ich habe mir wirklich jetzt mal die auszeit gegönnt und genossen das sollte auch so sein ich habe aber eine bestellung gehe ich jetzt eben packen darf und tatsächlich habe ich jetzt auch mal ein freies wochenende ist in blapi pro da ist blapi pro was gar nicht wie groß die bestellung ist auch das geht vier lots 92 items das sollte jetzt relativ schnell gehen das wollte ich jetzt sagen ich habe jetzt das freie wochenende und habe dann nächste woche wieder schulung für fünf tage muss am wochenende in die pflege aber ja vielleicht habe ich dann durch die schulung wieder ein bisschen mehr zeit und kann mal wieder hier was tun also die pause quasi beenden aber vielleicht gönne ich mir die pause auch einfach noch mal man weiß es noch nicht entscheide dass wir immer ganz spontan ich werde auf jeden fall jetzt die bestellung packen und sie euch natürlich auch zeigen und ich werde dafür jetzt für vier lords will ich nicht den laptop aufbauen sondern ich packe das eben am pc das habe ich ja in der vergangenheit schon mal öfter gemacht und ich habe ja auch noch nicht aufgeräumt also hier sind da die ganzen kartons ich habe wirklich den raum hier so gut wie nicht betreten die letzten tage einfach mal ja so ein bisschen die toxin betreiben wenn es dann so anfängt drumherum zu viel zu haben dann muss man sich die pause auch mal gönnen aber es wird bald hier weitergehen ganz ganz sicher ja drei minuten habe ich gebraucht zum picken relativ langsam für vier lots aber ich muss seit da bis 50 zählen das dauert dann ein bisschen 50 von denen ich meine das waren 14 18 und 10 ja ist auf jeden fall eine schöne basic bestellung auch seine erste oder seine oder ihre habe ich gar nicht geguckt auf jeden fall vom kunden die erste bestellung bei mir das freut mich natürlich immer sehr gibt gleich dann natürlich noch ein tübchen gummibärchen und mein kärtchen dazu dann packe ich das ein das macht sich auf den weg und ja dann geht es bei mir weiter europameisterschaft gucken und den pflegedienst leiten und ein paar andere dinge machen für meine facharbeit was vorbereiten ich habe viel 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 zu tun und vielleicht kriegen wir ein bisschen lego mit eingebaut ich habe in letzter zeit ein bisschen auch spaß wieder am bauen gefunden zumindest vom kopf her jetzt fehlt nur noch die zeit so da sind wir schon wieder und ich weiß es ist ein sehr ruhiger block wir am sonntagabend 19 uhr es passiert im moment nicht viel das habe ich auch so in meinem letzten video erwähnt dass das ja so sinn der sache ist wahrscheinlich auch im clip ich habe es mal wieder vergessen wo ist denn blapi Leute ich finde mich auf meinem eigenen rechner nicht zurecht war blapi neu das blapi pro nein da seht ihr mal das ist entweder ich habe hier was geändert oder ich bin blind oder ihr seht es wahrscheinlich da ist es doch meine güte das ist aber zu viele version installiert hat wir haben auf jeden fall vier bestellungen sogar ich hatte irgendwie nur drei im kopf aber es sind vier bestellungen 152 artikel 41 lots also trotz meiner sparflamme ist nicht viel ist was los bei uns so jetzt bin ich am überlegen 41 lots das schaffen wir auch mit dem computer die bestellung ein bisschen länger das ist aber nicht schlimm hier ist so ein chaos hier muss aufgeräumt werden aber ich würde sagen wir legen los und ich packe die bestellung wieder am computer 41 lots da kann ich auch mit dem wagen immer hin und her laufen die erste bestellung hat direkt eine nachricht dabei hallo dennis ich verfolge dein video schon sehr lange und du hast mich dazu inspiriert auch einen brickling shop zu machen gerne darfst du meinen namen und die bestellung in den videos erwähnen danke für die kurzweilen videos grüße manuell und jetzt schränke ich kurze seite weil die adressen müssen wir nicht zeigen wobei bei einem brickling shop kann es natürlich sein dass dann eben impressum das ist aber wir klicken doch einfach mal auf den nutzer hier im tool und dann haben wir hier manuell spiele welt schauen wir ja sehr schön 18 bestellungen schon 3600 teile manuell spielewelt ich setze ich mal direkt als favorit das schadet auf jeden fall nicht und ja sehr schön 3600 klotz 30.000 teile das ist auch schon ein rasanter start wenn ich das mal mit meinem start zu vergleich ich weiß es nicht wie lange du schon offen hast aber ja 31.000 items knapp das ist schon ordentlich respekt gut dann würde ich sagen ich pack mal deine bestellung das wieder einmal so weg bis sich an die pickliste ran kam ja 53 items 12 lots ich werde natürlich jetzt ein bisschen länger brauchen weil ich diese sachen am computer packe guckt euch das chaos hier an ich finde aber immer noch diese schale die ich hier bekommen habe vom niko von aachener bricks zukünftiger store name kann man sich schon mal merken werde ich auf jeden fall auch als favorit setzen sobald du live bist da habe ich mich sehr gefreut über die schale immer noch und die jungs haben das als malpapier benutzt und ich habe immer noch nicht aufgeräumt aber lang genug geredet was liegt hier überlicht hier lego die jungs haben aus dem konvolut hier wieder sachen rumgeworfen aber ist egal a 1306 ich glaube der manuel hat auch heute im discord geschrieben mühe oder bücken hier dass er bei zwei leuten aus dem discord was gefunden hat unter anderem auch bei oswald briggs von dem das tool hier ist wie das richtig gelesen habe wollte er ein kleines diorama bauen was ja auch ziemlich cool ist ob eigene store oder nicht ich kaufe ja auch regelmäßig mal für unsere sachen bei anderen stores zeigt das natürlich auch und da muss man durch jetzt könnt ihr einmal live sehen das ist nicht der laptop mit dem ich packe aber das hier ist dieses h02 system mit einer hand und kamera ist das natürlich nicht so gut aber das waren unten die holzkisten im keller wo ich jetzt natürlich in tüten gepackt habe und jetzt habe ich einfach diese plastik container mit h02 beschriftet davon will er eine von den langen fliesen haben und als nächstes sind wir bei lm lm kann ich noch zum abschluss zeigen bevor ich dann weiter packe ich musste in die blogs packen lm ist das nächste was ich cool finde aber was ist nicht unbedingt das beste ist und zwar 06 muss ja mal gucken wo das ist weil die sind durcheinander im moment 06 steht hier unten und hier diese mini figur boxen dies leider in den letzten serien deutschland nicht mehr gab und auch diese mit einer hand schlecht zu öffnen zwei von den steinen raus bestellt aber trotzdem bin ein freund davon so viele sachen wie es geht zu verwenden und warum nicht schaden geht es auf jeden fall nicht so ich bin aber genug rumgelaufen jetzt geht es ohne quatschen weiter hier kann ich jetzt einmal die neue sortierschale testen davon hat er nämlich 19 stück gekauft 13 14 15 16 17 18 19 zwischendurch bei sowas mache ich dann immer doppel check laut programm sollen neun übrig bleiben weil man ja doch mal inventar fehler drei sechs neun in dem fall stimmt es und ja mit diesem schmaleren trichter den er mir hier gedruckt hat ist es natürlich für diese kleinen fächer sehr angenehm einzupacken sehr sehr gut und jetzt kommen noch gebrauchte lots und dann ist die bestellung für den juten aus dem bastelkeller auch schon gepackt ja und da ist die bestellung und die zip beutel hier die ich jetzt zum packen benutzt habe die wandern jetzt in mindestens den dritten drücken darüber sie kamen nämlich das sind die mit dem roten streifen und alle die die ich in der bestellung von mollus klemmwelt hatte der hat also steine reingepackt zu mir geliefert bei brick her wurden sie dann eingepackt und gehen jetzt in den bastelkeller also mindestens der dritte store wenn du jetzt auch noch mal einmal weiter sendest mal gucken am besten hebst du dir die auf wenn vielleicht ein anderer blickling store mal bei dir bestellt und dann gucken wir mal wie weit diese beutel ist schaffen alles gut gebraucht habe ich fünf minuten aber davon habe ich dreieinhalb gequatscht vielen dank für deine bestellung freut mich sehr viel spaß beim diorama bauen post ist es doch gerne mal ins discord da habe ich das ja vorhin gelesen bin ich mir zumindest ziemlich sicher und ich habe auf jeden fall viel erfolg mit deinem store ein kärtchen chris auch noch von mir und dann ja hoffentlich bis zum nächsten ich weiß ihr seid chaos von mir gewohnt und meine frau ist es langsam live und sie hat mir hier einen mülleimer gekauft ich habe ja immer eine der sortierschalen für den müll geblockt so ein bisschen recyceln papier landet da nicht drin ist wieder eine der sortierschalen frei und ja auf zur nächsten bestellung ja die nächste bestellung auch mit der nachricht ein großes look für den youtube videos ich würde mich sehr über eine bestellung freuen liebe grüße über eine bewertung freuen natürlich und er hat aus hast aber zwei das ist der druide mit zweimal den langen armen ich habe euch ja gesagt wir können auf den ruiden klicken und dann öffnet sich das hier dann kann man sehen sw 00001 die ich habe das vorhin mitgelesen auswalt möchte den nächsten update oder einen der nächsten updates mit einführen dass hier unten drunter auch noch der name oder die teilnummer der figur steht was natürlich ziemlich ziemlich cool wäre star wars 2 und ich habe ja den beschriftet einfach nur d drauf gemacht 123 die bewertung kommt bei mir immer direkt automatisch mit dabei wenn ich die ware versende also da kann man sich bei mir drauf verlassen dass sofort die bewertung kommt selbstverständlich und wenn ich davon ausgehe dass du dann auch einen eigenen store machen möchtest wünsche ich dir ganz 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 viel erfolg und spaß damit es ist wirklich schön und es ist auch auf jeden fall gut dass ich ein paar tausend von diesen paar hundert paar tausend ein paar hundert von diesen kleinen umschlägen gekauft habe die meisten bestellen kriegt man da wirklich rein und die kosten hat einfach zwischen 7 und 12 cent weniger als die nächst größeren und das war auf jeden fall eine investition die sich gelohnt hat in dem fall habe ich sie von amazon geholt wie gesagt manchmal sind die auf amazon günstiger manchmal auf ebay ja die nächste bestellung ist ähnlich von tim mit einer nachricht denn es schau deine videos und viele andere blickling videos voller begeisterung lieber überlege zurzeit das auch als hobby für mich zu machen als hobby reichen plus minus null sbwler und normalerweise macht er nur wenn das etwas wirtschaftliches ist aber als hobby ja da muss man nicht unbedingt super wirtschaftlich sein wie spät haben wir zeit bis zum deutschland spiel sehr gut und er hat dann geschrieben mich würde noch interessieren wie du beim start die mengen für die verpackungslizenz geschätzt hast vielen dank und macht weiter so viele grüße dazu bin ich jetzt einfach mal auf lizenz sehr wohl gegangen welche verpackungslizenz ihr nimmt ist ja egal und wie gesagt die meisten bestellung kann man in so ein kartonchen hier packen und sagen wir mal das sind jetzt 20 gramm wiegt der selbst wenn wir mit 50 gramm rechnen wie gesagt der mindestpreis zum beispiel bei denen hier ist 39 euro sind wenn man null kilo an gab gibt kunststoffe benutze ich kaum noch weil ich halt selten noch luftpolsterfolie nehmen einfach weil ich das mit den kartons da passiert nichts das ist in ordnung lego packt ja auch nichts rein luftpolsterfolie benutze ich also nur noch bei figuren weiß ich die 50 euro wert sind die wirklich ein ansonsten komme ich mit so einer rolle luftpolsterfolie die nicht viel wiegt super schnell weg und diese sind beutel die ich hier habe um da auf drei kilo zu bekommen muss man schon einige tausend sendungen versenden also geben einfach mal drei kilo rein und du siehst du bleibst beim mindestpreis von 39 euro wenn wir jetzt sagen dass wir haben 50 gramm pro pro karton den wir hier haben und sagen wir mal wir wollen die 50 oder wie rechnen wir das am besten ok rechnen wir dann die 30.000 gramm so durch 50 gramm haben wir 600 sendungen und um dann halt 30.000 gramm also drei kilogramm hinzubekommen müssten wir 600 sendungen verschicken also sagen wir einfach mal wir nehmen 10 kilogramm pappel pro jahr dann bist du immer noch bei 39 euro vielleicht habe ich das gerade in den zahlen verhauen wo ich darüber nachdenke aber ist egal 10 kilogramm pappe zu versenden brauchst du schon einige sendungen und ich habe es in meinem ersten jahr tatsächlich so gemacht ich habe gesehen ok 39 euro was passiert denn wenn ich auf 15 kilo gehe bleibe ich immer noch auf 39 euro ok wenn ich auf 20 kilo gehe immer noch auf 39 ok dann gehe ich hier auf 5 bleibe ich immer noch auf 39 21 und so weiter und so habe ich mich halt damals herangetastet das ist komplett unrealistisch da geht es dann das erste mal hoch das heißt ich gehe auf 22 runter und so bin ich dann auf 22 kilogramm pappe gekommen und 6 kilogramm kunststoffe das ist komplett unrealistisch dass ich im ersten jahr so viel versende da müsste ich einiges so viel habe ich bisher insgesamt wahrscheinlich noch nicht versendet und so habe ich das einfach dann lizenziert geschätzt in anführungsstrichen so bin ich vorgegangen und ja ich hoffe das erklärt das und dann packe ich da eine bestellung das geht relativ zügig und namen trotzdem ausblenden falls sich doch anders überlegt pickliste und wir haben aus haar marvel ein batman und das ist ja nicht hier habe ich ein paar batmans drin das ist einer von denen mit dem festen umhang die passen aber sogar von der höhe hier rein das ist gut dass wir jetzt überlegen würde wobei das passt hier locker da könnte man sagen okay ich packe luftkölzer folie drum aber die kartons schützen das schon genug so und dann ist auch zur letzten bestellung 20 für 8 95 artikel in 27 lotz 27 lotz kriege ich hin so groß ist der raum ja nicht und dann kann ich auch ein bisschen hinterlaufen ich könnte es natürlich auch einfach an meinem handy öffnen oder am tablet alles gut ich mache das jetzt ebenso und das passt schon wobei das mit dem tablet ist doch gar nicht so doof ist das denn hier aufgeladen natürlich nicht dann machen wir das so so sieben minuten habe ich gebraucht 16 sekunden pro lot trotzdem ich das am pc gemacht habe das ist nicht so übel ein paar und alles gebrauchten teile und dann wird dark blue spray dark red 10 und ein bisschen light blue spray die kann ich damit reinpacken und ja schöne bestellung vielen lieben dank und ja viel spaß mit den teilen auf jeden fall für mich heißt das dann jetzt heute feierabend und ausparken ist nicht drin ich will heute fußball gucken und gleich aber komme ich ja morgen mal wieder aus hochladen vielleicht mal was gebraucht das ist jetzt schon wieder was jetzt das macht ja hier das ist ja schon ein ordentliches volumen und gerade die gebrauchten sachen wollte ich mich ja eigentlich mal ursprünglich mehr darauf konzentrieren soll ich sortiert die lego pick a brick bestellungen aus so ein bisschen und ich mache das dann immer so ich fühle mir die figur die ideas 168 ich mir bestellt habe ja ein dupliziere sie und zerlege sie dann gehe ich von oben und die teile durch und so reiche ich mir die dann auf dem tisch auf das heißt wir haben zehn mal hier die ideas 168 figur einhörnchen am smx reingelegt die packe ich jetzt ein zip beutel beschrifte sie wird dann wahrscheinlich sechs anbieten 4 zurücklegen oder sieben anbieten 3 zurücklegen je nachdem und ja dann geht zur nächsten figur so dann ist der upload fertig ich habe mich jetzt dazu entschieden einfach von allen vier figuren zehn stück hochzuladen also haben wir 42 items in sechs slots 186 euro alles ist das wollte ich sagen genau alles sind neue lots bei mir was schon mal cool ist und ihr habt gerade gesehen da sehe jetzt gerade eine bestellung kam rein sehr cool ja wird keine groß gewesen sein wir können einmal schnell schauen ich drehe euch einmal zur seite selber noch nicht geguckt 52 items in 24 lots das sollte relativ schnell zu packen sein mal mal drüber ein paar technik sachen viele gebrauchte sachen sehr schön kleiner aber feine bestellung die krieg gleich zügig gepackt ja und ja beim bestellungen auspacken ist mir eben aufgefallen die beine hier gehören ich habe noch 20 weitere figuren die auf dem weg sind aus diesem pick and break bestellungen zwei andere figuren kommen mal überstanderteile nur von diesen dark blue bein hat lego mir nur 9 reingelegt ich hatte zehn bestellt dafür werde ich jetzt aber nicht den supportern schreiben das ist mir dann egal von den beiden habe ich noch genug entweder ich werde da eine figur auspacken oder nicht ich habe die figuren jetzt nicht oben in meine ebay kisten reingepackt einfach aus dem grund dass ich was wollte ich sagen dass ich die figuren schon mal ich habe ja das vikingdorf und so ausgepartet dementsprechend glaube ich habe ich die figuren da oben drin und ich wollte halt hier nochmal gucken ob ich der der wurde glaube ich schon relativ ausverkauft davon hatte ich dann noch welche aufgehoben ob ich den vielleicht sogar noch wieder hochladen muss hätte ich vielleicht mit in die datei packen können muss man halt immer mal wieder seinen bestand checken wer mit 279 minifiguren dort noch nicht annähernd das was ich haben wollte ah ja ich habe noch ein von den cis fleet officern habe ich noch dementsprechend dann lasse ich es erstmal so kann ich später noch mal weitere zu hochladen ja das ist jetzt der dritte versuch wenn wir es montagabend 19 21 ich habe gerade eine technik hotline offen weil von einer patientin meine frau hat die rufbereitschaft hat jemand da piept die ganze zeit was und habe ich immer die technik hotline rausgesucht weil techniker ist auch meine frau die gerade die kinder ins wettbring nicht wir haben eine bestellung von bernd die wollte ich eben packen und der bernd hat mir geschrieben da noch eine mail hinterher dass er meine videos sehr gut findet und hatte nach dem video gesucht wo ich denn bei mehreren brickling stores was bestelle ich habe mir was rausgesucht ich habe tatsächlich mittlerweile so viele videos dass ich selber nicht so schnell gefunden habe und das video was ich gefunden habe wo ich auf bricklink einkaufe war schon ein jahr da habe ich mir gedacht wenn meine werkstatt unten weiter ausgebaut ist möchte ich ja ein bisschen mehr wieder sets vervollständigen ich habe ja schon einige vorbereitet auch mit checklisten und dann werde ich ja wieder öfter auch auf bricklink bestellen wenn ich dieses set vervollständigen wieder mache und dann wird es sicherlich noch mal ein neues aktualisiertes video geben indem ich dann diese sachen oder noch mal erkläre wie man auf bricklink einkauft weil auch das ist ja etwas wovon mein kanal so ein bisschen lebt so tutorial videos nicht nur aus verkäufer sicht sondern eben auch aus käufer sicht das habe ich am anfang viel mehr gemacht als in letzter zeit weil ich einfach dachte wenn ich einmal so ein video gemacht habe dann habe ich es gemacht muss aber jetzt sagen dass ich selber nicht gefunden habe und dann als ich es gefunden habe ich wirklich gedacht habe das könnte man aber noch mal aktualisieren und besser machen das ist sicherlich was was ich sobald meine werkstatt unten fertig ist dass ich nochmal angreifen kann das wird sicherlich gut ich habe vor allem das alte star wars sets und sowas die ich noch vervollständigen möchte und dann viele auch aus den gerade aus den 90ern habe ich noch so ein paar sets und da geht schon wieder die rufbereitschaft schrecklicher klingelton ich gehe da einmal dran da muss ich jetzt einmal rausfahren das heißt die bestellung wird leider in zwei teilen gepackt oder morgen den rest aber hätten wir dabei geschrieben ich darf mir ganz viel zeit lassen naja soweit sind wir dann machen wir den rest später arbeit geht vor wie immer ja da bin ich wieder zurück 18 sekunden pullout 7 minuten habe ich gebraucht schade eigentlich weil ich auf dem weg eine poststation vorbeigefahren bin hätte ich die sachen mitnehmen können aber bei bereitschafts anrufen und notfällen da kann ich nicht warten bis ich eine bestellung gepackt habe auch wenn es so schnell geht und ja ein paar technik sachen ein paar plates bricks und slopes ein bisschen was gebrauchtes gerade achsen habe ich noch hundert im keller da wird mal zeit dass ich sortiere da kann ich locker glaube ich alleine wenn ich die achsen mal sortieren und einstelle die ich bisher vorsortiert habe wahrscheinlich ja zwischen 900 und 1500 parts wieder neu hinzufügen ja aber die einzige bestellung heute gleich noch ein bisschen fußball gucken ist ja noch zwei schöne spiele heute abend und vielen dank für die bestellung und ich habe heute noch endlich das letzte magazin beschriftet also wenn wieder platz zum ausparten uiuiui leute was eine hitze draußen wir haben mittlerweile dienstag ich muss mal eben blapi auf dem notebook öffnen ich habe nämlich eine bestellung kann ich euch hier schon mal zeigen 477 items in 143 lots das ist gar nicht so wenig und ist natürlich ein bisschen was zu tun und die bestellung kommt vom heiko auch nicht seine erste bei mir an die hat geschrieben immer noch super videos und er wollte einfach mal wieder bei mir bestellen das freut mich natürlich sehr schön dass du auch was gefunden hast was du gebrauchen kannst ja 143 lots ist ein bisschen was zu tun ich habe jetzt hier die pickliste dachte ich zumindest dass sie sich öffnet mein internet scheint gerade ein bisschen langsam zu sein und ja es ist ordentlich warm draußen also ich werde die bestellung jetzt anfangen zu packen je nachdem wann die warum sind die bremsen fest je nachdem wann die jungs gleich zurückkommen die waren nämlich bei oma und opa werde ich dann die bestellung später weiter packen aber ja ein bisschen was will ich schon mal machen einfach aus dem grund weil ich mir denke immer wie immer was weg ist es weg 1 2 3 4 5 6 dann kommt noch mal 10 dazu und 9 10 11 12 13 14 15 16 es ist dunkel hier drin und das fach ist sehr voll und dann noch schwarze teile aber ja da fällt auch mal was daneben ich packe eben die bestellung eben ist gut 143 lots da brauche ich eine weile für und danach zeige ich euch natürlich die bestellung und dann werde ich mich noch ein bisschen in die sonne legen und den nachmittag genießen das habe ich mir dann auch nach dem anstrengenden tag heute hoffentlich verdient ja heiko da habe ich deine bestellung gepackt ging schneller als gedacht das gute ist natürlich an 143 lots man ich sehe immer so große bestellungen viele sagen ja okay aber dann hast du hier weiß ich nicht 25 euro waren wert und bis dann dabei 143 lots lohnt sich das oder nicht mal abgesehen davon vom stundenlohn hin oder her hat 143 lots bestellungen den riesen vorteil dass man halt viele schubladen öffnet und man hat so eine inventur quasi bei neu teilen ist mir zum beispiel aufgefallen bei den reddish brown das ist übrigens das was ich schon eingepackt habe für dich in tüten zwischendurch ich will ja nie zu viele lots in eine tüte packen dass das für euch mit dem sortieren einfach leichter ist das muss ich noch einpacken das hier unten die beiden sind die gebrauchten lots die er gekauft hat der rest ist auch noch alles neue teile die hier kann ich noch zusammenfügen so und zum beispiel ist mir dann auch gefahren bei den reddish brown 1x1 plates sollten 53 übrig sein nachdem ich seine bestellung gepackt habe es waren aber nur 13 übrig fragt mich nicht wie bei neu teilen so eine riesen differenz entstehen kann es passiert einfach manchmal häufig ich kann mir gut vorstellen weil die waren in einer stornierten bestellung mal drin dass vielleicht dann beim wieder hinzufügen des inventars über blickaul und danach dem synchronisierenden fehler entstanden ist was auch immer ich kann es nicht immer erklären aber fehler passieren und so große bestellungen sind natürlich super um den bestandscheck zu machen ansonsten fehlte mir ein 1x2 brick in weiß aber die habe ich natürlich unten im sortierbereich noch drin und in denen gehe ich auch gleich noch mal runter als teaser fürs nächste video ich will nämlich gleich den blog beenden das heißt den habe ich ohne probleme gefunden das war nicht das thema ansonsten war alles da ich war sogar relativ zügig 37 minuten knapp 15,4 sekunden pro lot das obwohl ich einmal in keller laufen musste und einmal zwei stein hole ich meine dass dieser vorteil im keller ist vorsortiert deswegen musste ich einfach nur zugreifen aber ja genau damit würde ich sagen ich packe die bestellung rein schickt die rechnung raus für macht das versandetikett und dann werde ich einmal noch im keller was zeigen ich habe hier schon von amazon ein täglicher da sind keine lego sets drin das sind andere klemmbaustein sets drin und zwar habe ich mir überlegt ich bin ja kein großer sammler ich baue aber gerne ich habe ja zum beispiel mal hier im rebrickable mok gebaut das werde ich auch noch mal machen das hier ist auch von einem anderen hersteller und dann so ein paar seien das ist alles was ich selber für mich gebaut habe und das waren weil ich marvel mag geburtstagsgeschenke von meinen kindern und frauen oder ein weihnachtsgeschenk oder ein vatertagsgeschenk ansonsten baue ich ja nichts auf und stellt es mir hin den truck zum beispiel haben die jungs und meine frau gebaut der steht jetzt da der wird aber auch irgendwann abgebaut da habe ich mir einfach gedacht ich kann ja für den bauspaß und weil sich viele von euch live streams wünschen habe ich mir jetzt einfach mal günstige klemmbaustein sets bestellt von anderen herstellern die kann ich dann im live stream bauen weil das wird immer wieder gefordert und das macht ja auch spaß und ich lerne in jedem live stream einfach so viel von euch dass ich sage okay ich baue die die sachen die ich wirklich schön fand beim bauen wo ich denke da habe ich noch mal spaß dran die irgendwann ein zweites mal zu bauen die kann ich dann mir in den keller packen da habe ich so ein paar sets die wirklich schön sind gerade von lidl die playtif sachen finde ich sehr schön zum bauen auch für die kinder zum bauen lernen später die behalte ich dann aber andere sachen könnte ich ja dann wenn jemand daran interesse hat die günstig zu erstehen ich werde sie natürlich nicht mit 90 prozent rabatt dann abgeben aber natürlich dann auch mit rechnung über mein unternehmen dann mit natürlich agb und widerrufsbelehrung kriegt ihr alles mit rechnung dann per mail wenn ihr das mir abnehmen wollt und dann könnte ich ja die sets dann im anschluss über meine firma verkaufen natürlich nicht über bricklink sondern dann so über den betrieb müssen wir mal gucken welchen weg ich dann da finde was alles rechtlich möglich ist da informiere ich mich dann nochmal aber ansonsten es werden einfach mehr live streams gewünscht ich kann aber nicht immer einen order picking machen weil das ist auch ein bisschen stressig für mich die bestellungen kann ich einfach wesentlich leichter packen wenn ich hier rumlaufe und so dieses gemütliche bauen und dann die fragen zu beantworten und gerne noch jemand zweites dazu holen das macht definitiv sinn nur wie gesagt ich bin ja kein lego sammler wobei es natürlich auch sein kann dann habe ich mir zum beispiel überlegt ich baue ja dieses schiff demnächst für meine coal army und hier ist ja natürlich eine coal figur drin den rest davon brauche ich nicht das kann ich natürlich den mech also möglichkeit eins ist den mech einfach im live stream aufzubauen und danach wieder auseinander zu bauen oder ich baue die mein ursprünglicher plan war ich die figur für mich rauszunehmen und den rest vom set einzeln auszuparten oder was natürlich immer mit dem blicklink store noch möglich ist ich will die coal figur wollte ich einmal haben aus dem mech dass ich das set einfach nur dreimal bestelle und ausparte aber so als beispiel ist das natürlich auch möglich dass man dann auch mal ein lego set baut und dann kann ich es irgendwann wieder abbauen und ausparten oder ich lege es mir zurück und verkaufe später als gebrauchtes set über bricklink viele optionen aber ja dann habt ihr das schon mal gehört und jetzt mache ich noch mal einen kurzen cut und gehe dann einmal im keller und zeige euch was ich da vorhabe und da wird für den kellerraum den ich enorm verbessern möchte werde ich noch ein extra video da machen wie ich da den umbau der umbau kann man nicht sagen die umgestaltung organisieren werde ganz ehrlich hier im keller darf man auch nichts filmen also hier sind überall die sets also es ist geplant dass da hinten sind ja schränke und hier unter der treppe ist ja auch noch eine möglichkeit hier stehen jetzt ganz viele alte sachen dass das ein bisschen ordentlicher gemacht wird ich traue mich gar nicht zu schränken aber auch hier sind ja zum beispiel noch die ganzen playtif sets die ich eben angesprochen habe das sind echt coole sets vom lucky luke bibi und tina aber asterix gab es ja mal oder hier hinten liegt noch moment diese lidl filiale selber tatsächlich den truck haben wir damals nicht bekommen das fand ich sehr schade aber hier ist ja noch ein bagger feuerwehrauto darunter es sind verschiedene sachen hier aber hier dieser ganze bereich da sind ja noch solche einbauschränke und sowas das soll aufgeräumt werden sortiert werden und dann wird das auch als zwischenlager auch für die part out set später dienen aber da kommen wir später zu das heißt der raum hier muss aufgeräumt werden wird dann auch noch genutzt hier das ist der raum den kennt ihr noch das war ja dieser tisch war mein sortierbereich diese tischplatte werde ich da natürlich demnächst wegnehmen und dann sollen hier an diese wand sollen dann regale hin wo ich dann auch die sets sammeln kann die ich noch selber bauen möchte und ich habe ja so viele sets die ich mir die ich noch nicht ausgepartet habe die ich zurücklege die kommen dann unten in die schränke auf jeder seite ist eine so eine schrankreihe da kommen die dann hin die tischplatte ist dann weg und für kleinere sets hier waren ja früher die gebrauchtsachen drin hier liegt sogar noch ein lego set ach dieser umzugswagen hatte ich glaube ich schon mal gezeigt genau hier in meinem ehemaligen gebrauchbereich da unten sind auch noch drei lineago sets also man findet hier überall lego das hier ist ein alternativhersteller wieder das ist dann sowas was ich meinte ich habe zwar spaß daran zu bauen aber was soll ich mir das auto irgendwo hinstellen und sowas wird dann wahrscheinlich irgendwann als gebrauchzeit immer im ebay-store landen wenn ich ihn wieder aufmache sticker habe ich natürlich nicht verwendet aber jetzt gerade auf dem boden geschmissen wo sind sie gelandet unwichtig suche ich dachte ich stehe drauf direkt wert vom set verflogen ich meine das ist ein 10 euro set das wird dann keine ahnung für ein 5 war irgendwann mal bei irgendwem verkauft werden über kleinanzeigen ebay was auch immer hat aber keine zeit hat aber keine eile ja genau und hier ja hier habe ich dann auch schon mal reingeräumt das hatte ich ja bei oswald briggs bestellt hier diese 6566 bank da habe ich mir einfach die anleitung kopiert das set hier reingetan und reingestellt und das ist auch ein gebrauchtes set was ich aus dem konvolut dann wieder vervollständigt habe da war der karton dabei das habe ich auch behalten übrigens die sets die alle hier unten sind und die ich mir zurücklege die verwalte ich alle über briggs set damit ich eine übersicht behalte und dann steht bei briggs set zum beispiel die sets 65 66 und 404 91 sind im keller im schrank u01 damit ich auch weiß wo ich sie finde genau wenn wir dann hier einmal reingehen das ist ja der sortierbereich und der wird komplett überarbeitet werden und zwar seht ihr hier schon meine sortierkästen wo dann hier die etiketten drauf sind die werden so bleiben aber dieser bereich hier wird mit etwas größeren sortierschalen mit diesen lagersichtkästen ausgestattet werden da habe ich heute welche beim baumarkt gekauft das heißt die kommen da an die wand und die werden dann hier diese kisten ergänzen das heißt zum beispiel hier sind zweimal breite plates drin die kommen dann in etwas größere sichtkästen als diese dass ich die jedes mal wenn ich fertig bin sortieren hier an die wand heften kann und dann habe ich natürlich noch ein paar andere sachen die ich improven möchte ich möchte zum beispiel hier noch einen schubladenschrank hin machen ähnlich wie man schrank wo die minifiguren drin sind wo ich dann setz dich am vervollständigen bin reinlegen kann da kann ich noch mal so ein beispiel rüberholen zum beispiel hier diesen lego technik 8415 das set habe ich so gut wie komplett und das würde dann in eine schublade kommen mit der anleitung mit den tüten mit den teilen die sind zum beispiel hier habe ich alles gesammelt was ich bereits von dem set habe und dann würde ich eine ich druck mir immer diese liste auf rubrica will aus als html steht das heißt die anleitung kommt da rein mit den teilen die ich schon habe und eine checkliste damit ich weiß in welcher wanted list das ist und dann werde ich das setz vervollständigen und das ist dann genau das ist die gleiche anleitung aber hier zum beispiel angefangen habe ich auch noch mit dem ferrari truck ich habe mit den bionicles die habe ich hier schon sortiert und hier mit diesen 45 06 set im moment liegen alle in tüten hier drin da möchte ich ein ordentliches system machen wir sind zum beispiel so exo force mac die ich angefangen habe zu sortieren wo ich dann gucken muss mache ich die komplett oder nicht und dafür möchte ich halt einfach diesen sortierbereich hier etwas ordentlicher gestalten und wie gesagt hier kommen dann regale hin ich weiß das schlackert jetzt wieder in denen wir dann die setz die noch zurückliegen aufheben sollen zum beispiel hier haben wir das naturkundemuseum das spiderman set die sind nur zwei züge und daily bugle da sind zwei modulars dahinter ist auch noch irgendwas von star wars ich erkenne es gar nicht ein raumschiff hatte hier sind noch ein paar sets genauso wie hier in den schränken sind auch noch selbst drin neue und gebrauchte das ist alles sortiert und über brick set beschriftet so dass ich auf brick set wenn ich zum beispiel sage okay hier der karton da habe ich diverse sets drin auch ein paar hier das smugglers shanty habe ich da zum beispiel drin also so ein classic geraten set dass wenn ich den karton umräume ich im brick set immer anpassen kann wo ich die sachen liegen habe ja und das ist etwas woran ich jetzt hier arbeiten möchte dann natürlich hier die balk sachen durch das konvolut hier habe ich zum beispiel mich noch gar nicht angefangen durchzuarbeiten dass ich dann hier wirklich unten einen richtig coolen sortierbereich habe wo ich dann wirklich gas geben kann hier sammle ich ja minifiguren teile wir müssen auch wieder eine minifiguren leisten machen ihr seht ja so dass ich hier wieder an minifiguren parts angesammelt hat ist echt der wahnsinn da ist auch noch eine tüte und dann haben wir ja hier noch die box also es ist wirklich eine ganze menge das sind alles minifiguren tiere und teile hier drin die sicherlich noch was wert sind ich habe auch noch zwei kisten bionicle da drüben liegen da wollte ich mich an demnächst auch einmal dran setzen aber ja hier wird jetzt flackert das wieder tut mir leid leute aber hier wird eine ganze ganze menge passieren weil so kann das hier nicht weiter aussehen ich bin ja nach dem umzug habe ich ja einfach alles reingestellt da liegen kartons hier liegen kartons es muss sortiert und aufgeräumt werden aber dafür werde ich dann mir einen tag mal zeit nehmen werde auch ein extra video machen werde alles durcharbeiten werde dann hier diese sichtkästen ordentlich aufhängen und sehr wahrscheinlich auch hier eine neue lampe rein machen weil dieses flackern der leuchtstoffröhre das geht selbst mir auf einen keks aber in diesem sinne würde ich sagen ich beende jetzt den blog und also hier ist eine spinne auf dem boden aber die dinge sind mir wohl mal runter gefallen die kann ich doch richtig gut gebrauchen da hat sich schon gelohnt hier runter zu gehen hier ist übrigens mein foto zelt drin für den ebay store wenn ich ihn später aufmache ein paar trainer gefunden das sind übrigens auch noch alles part out sachen eigentlich wobei das zelt hier mittlerweile ist schon fast ein jahr end of life da kann man schon eher überlegen ob man das zeit irgendwann noch ein jahr hier liegen lässt und dann als ganze set verkauft kriegt man wahrscheinlich genauso viel oder fast mehr als beim part out jetzt aber wirklich feierabend ich lade den blog jetzt hoch war jetzt über viele tage verteilt was unüblich ist für mich aber aber sobald meine pause beendet ist werden ja wieder mehr blogs kommen dann sage ich bis dahin weiß auch wieder lange mit dem quatschen und wir sehen uns in den nächsten live streams wir sehen uns in den nächsten live streamen